Hallo zusammen, mein Name ist Björn Steinbrink. Ich bin Schlafberater, sowohl im Bereich Schlafcoaching als auch im Bereich Produktberatung, wenn es irgendwie um Betten, Matratzen, Lattenroste, ergonomisches Liegen geht. In meinem ersten Video zu Corona, also zu Lockdown-Zeiten, habe ich schon berichtet, dass ich auch aktuell beraten darf, weil ich eben eine Beratungstätigkeit mache, die einfach irgendwo gesundheitsorientiert ist und jetzt nicht zum Handel zählt. Könnt ihr euch anschauen unter www.corona-sleep.de. Aber gerade in den letzten Tagen, wo jetzt auch so langsam klar war, der Lockdown, okay, verlängert sich noch, war irgendwo so dieser Punkt, hör mal Björn, kannst du nicht mal vorbeikommen bei mir zu Hause, weil ich habe das Gefühl, ich liege einfach nicht vernünftig, mein Lattenrost ist falsch eingestellt, mein Kissen taugt nichts mehr, wie auch immer. Ich mache das ja generell, das heißt also Hausbesuche mache ich immer, ist überhaupt kein Thema, kann man jederzeit buchen, aber ich habe es jetzt einfach von meinem zeitlichen Bereich noch ein bisschen ausgeweitet aktuell. Das bedeutet, wenn jemand sagt, eine Beratung zu Hause, egal ob jetzt auf neue Produkte oder zur Überprüfung, dass man sagt, hör mal zu, bitte schau mal, wie ich liege, stell mein Lattenrost vernünftig ein, ob man sagt, ich brauche ein neues Kissen, dann bringe ich einfach mal ein paar Kissen mit, wenn man sagt, ich brauche gerne eine neue Zudecke oder irgendetwas, dann bringe ich da mal ein paar Muster mit. Alle Dinge sind wirklich möglich, wie gesagt, bis zur ergonomischen Anpassung. Wenn man sagt, okay, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dann machen wir das einfach eine E-Mail schreiben an kontakt.derschlaftrainer.de und dann melde ich mich oder das Formular ausfüllen auf meiner Internetseite www.derschlaftrainer.de und dann schauen wir, wann das Termin nicht passt. Also beides ist möglich, das heißt Beratung von mir im Showroom, wie gesagt, rein Beratung, kein Produktverkauf, können wir aber wie gesagt unter dem anderen Video gucken oder eben wirklich die Anfrage zu sagen, komm mal vorbei und wir schauen mal vor Ort, was es zu optimieren gibt und das machen wir dann gemeinsam. Deswegen, ich freue mich auf eure Kontaktaufnahme und wünsche euch erstmal weiter eine gute, gesunde Zeit.